Oh, das bin ich? Das bin ich? Du bist wunderschön, Mann. Ja, war ich... Wunderschön. Ah, das war mal. Ach, komm. Das ist immer noch schön. Ach was, das ist auch nur wieder so eine Lüge, die uns schmeicheln soll. Frauen sind wunderschön, wenn sie jung sind. Dann nicht mehr. Ein Mann kann seine erotische Ausstrahlung erhalten, bis ins hohe Alter. Aber nicht die Männer in den kurzen Hosen und diesen kleinen Täschchen um die Hüfte. Oh Gott, oh Gott. Nein. Aber manche Männer erhalten sich so eine abgekämpfte, raue Männlichkeit. Frauen werden einfach nur alt. Und fett und faltig. Ich höre wohl nicht richtig. Ich bin immer noch sehr sexy. Vielen lieben Dank auch. Ja, bist du. Du bist ungefähr so sexy wie ein nasser Pappkarton, Matti Faye. Das gilt für uns beide. Ja, wären wir nicht besser dran wie alle, wenn wir endlich aufhören würden, bei diesen Dingen zu lügen. Und die Wahrheit sagen, Frauen sind nicht sexy, wenn sie alt sind. Ich kann damit leben. Kannst du damit leben? Was ist mit Sophia Loren? Was ist mit Lena Horn? Die war noch sexy, da war sie schon 80. Mom glaubt, dass Frauen mit dem Alter nicht gerade attraktiver werden. Das sehe ich anders. Das sagst ausgerechnet du, Karen. Du bist ja selbst der beste Beweis dafür. Wie schön, man.